Wohin gehen wir? Wir müssen zum Arzt. Wir erfahren heute, ob das Baby ein Junge oder ein Mädchen wird. Ich bin so aufgeregt. Ich auch. Lasst uns gehen, sonst kommen wir zu spät. Darf Balou mitkommen? Nein, Hunde dürfen nicht in die Arztpraxis. Schade. Wir müssen jetzt aber wirklich gehen. Oh, wir haben nur noch 10 Minuten. Schnell, Paul, wir müssen uns beeilen. Stopp, Pia. Was ist denn? Du hast recht, Paul. Geh langsam, Schatz.